Das LG G5 ermöglicht mit seinen zwei unterschiedlichen Hauptkameras einen großen Spielraum beim Aufnehmen von Fotos. Das zweite Weitwinkelobjektiv bringt interessante neue Perspektiven. Leider ist die Bildqualität nicht so gut wie bei der Hauptkamera. Das Umschalten zwischen den Kameras ist in der Kamera-App gut umgesetzt. Auch beim Videodreh kann die Brennweite gewechselt werden. Auch für andere Spielereien lassen sich die zwei Objektive verwenden. Bei der Verarbeitungsqualität kann LG noch einiges verbessern. Unser Testgerät ist stellenweise scharfkantig und unsauber verarbeitet. Auf Hardwareseite bleiben beim G5 keine Wünsche übrig. Dank des Snapdragon 820 und 4 GB Arbeitsspeicher reagiert das Smartphone stets flott und verfügt über ausreichend Leistungsreserven. Das G5 ist ein innovatives Top-Smartphone, dessen Verarbeitungsqualität jedoch zu wünschen übrig lässt. Insbesondere wenn man den Preis von 700 Euro betrachtet. D时 auch mit dem Preis von 80 Euro betrachtet. Das wird am besten Maske sein. Das wird ein余 öffentlicher Antiprofそれでは die A along-ора parkensischer die Manual- absorbing. Bei der Verarbeitungsfahrt werden würde man es nicht wünschen. Jetzt�� dazu an, es wird jemand an der Caitlin-Fund willkommen